hallo präsenz schön dass du da bist ich stelle mich vor spiele kido ja ich bin groß oder war dein nachname groß was ist mit einer asche 46 immer mit die zahlen ich weiß nicht was ist mit die zahl 46 die brücke 2 46 ist eine brücke was für eine brücke froh du bist froh das freut mich nie froh nie tun was denn die tun was meint es mit nie tun war das schon alles hatte mir sagen wollte es das war jetzt kurz dass ich spreche aber ich bedanke mich dafür was Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020